Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Es ist der 11. August Sonntag und Patrick und ich fahren jetzt auf ein Vignard, denn ich habe morgen Geburtstag, also auf eine Wine Farm, und werde dort übernachten. Wir waren schon super schön frühstücken, aber ich habe die Kamera da mal nicht mitgenommen. Ich warte seit Wochen auf einen Cinnamon Bun und wir waren bei Loading Bay hier in Kapstadt. Wir hatten Kaffee, einen Cinnamon und einen Cardamom Bun. Und ich habe nicht gedacht, dass mir der Bun mit Kardamom noch besser schmeckt. Das ist so gut, oh mein Gott. Und sowas gönne ich mir wirklich super, super selten aufgrund des Glutens. Aber es war so lecker. Dann hatten wir noch beide eine Eierspeise mit ein bisschen Gemüse. Ich hatte sowas mit roter Beete und Karotte und Sauerteigbrot. Jetzt haben wir uns fertig gemacht und fahren nach Steenburg, also auf das Vignard Steenburg. Und dort übernachten wir. Wir haben nachher eine Massage, ein Wine Tasting und ein Dinner. Und morgen früh Frühstück. Ach ja, ich nehme euch einfach mal mit. Wir sind angekommen. Es ist nicht am regnen, das ist gut. Es sollte eigentlich regnen. Die Sonne ist leider ein bisschen weg, aber es ist echt riesig und schön hier. Das Ding soll 600 Hektar haben und wir können das wohl auch nachher mit einem Fahrrad befahren. Wenn wir noch Zeit haben und wenn es nicht anfängt zu regnen. Aber es ist echt cool. Hinter mir sieht super schön aus. Aber warum ist da so gray? Ich habe nicht Blätter bestellt, keine Ahnung. Aber guck mal, da ist ein bisschen vorne und richtig. So, wir haben eingecheckt und wir sind gerade hier rechts und gehen jetzt hier durch die Vignards so zum Bistro. Weil wir haben hier eine Reservierung zum Lunch. Haben wir Hunger? Nein, weil wir frühstücken waren, aber egal. Und das Zimmer ist noch nicht fertig. Hier wird dann auch unser Zimmer sein. Und ich glaube, hier ist auch heute Abend das Abendessen. Und hier kann man eben, ich habe mich vertan, hier ist es 300 Hektar groß. Hier kann man mit diesen Mountainbikes rumfahren. Und jetzt kommt auch die Sonne wieder raus. Mal gucken, was wir noch machen. Jetzt latschen wir erstmal da hin. Hier wohnen, glaube ich, Menschen. Also in Afrika ist das ja voll üblich, dass es auch so Compounds gibt. Also so eingezäunte Wohngemeinden. Wie nennt man das, Patrick, auf Deutsch? Was? Diese Compounds. Wohnkomplex. Ja, Wohnkomplexe. Die komplett gesichert sind. Und da sind auch Schranken bei der Einfahrt mit Security richtig schön. Andererseits irgendwie cool, andererseits auch natürlich nicht. Oh, ist das ein Olivenbaum? Oh, hübsch. Oh, jetzt kommt die Sonne raus. Schön. Ja, auf jeden Fall ist man ja auch irgendwie einerseits eingesperrt, andererseits ist man halt total sicher und kann in so einem Compound halt auch spazieren gehen. Da steht auch immer voll die schönen Häuser. Aber ja. Cool. Es regnet wieder. Ich werde nie wieder meinen Geburtstag in einem Winter verbringen. Das ist das erste Mal. Und das letzte Mal. Wir hätten uns doch fahren lassen können von so einem Golf Caddy. Nennt man so, ne? Aber Patrick wollte ja Schritte sammeln. Wird toll, hat er gesagt. Du hast uns hierher geschleppt. Das ist super, hat sie gesagt. Das ist auch super. Da kann man schön spazieren, hat sie gesagt. Das ist auch super. Aber nicht, wenn es regnet. Ich bin nur aus der Atem, weil ich hohe Schuhe anhab. Ab außen will ich ja voll die Spotty Spice. Okay, cool, bye. Okay, Beef Tartaki. Und zwei Fisch Tacos. Wow. Voll den süßen Side Salon mit Waffel Ei. Und Steak. Also mit Kalorienarm hat das nichts zu tun, weil die ganzen Soßen ist für meinen Geschmack schon too much. Jetzt wird man sogar mit einem Wagen abgeholt, weil die Anlage so groß ist. Wow. Jetzt hätten wir laufen können. Jetzt ist schönes Wetter. Das Zimmer ist so schön. Richtig hübsch. Vor allem der Ausblick. Richtig schön. Wir können hier sitzen und dann richtig schön auf die Berge und die Vinyards schauen. Finde ich mega hübsch. Hello. Was machst du denn da? Ich gucke mich um. Wir chillen jetzt ein bisschen und dann haben wir unsere Massagen. Ich bin so froh, dass ich mir ein Sport-Outfit mitgebracht habe, weil das wird jetzt viel praktischer bei der Massage. Und oh mein Gott, seht ihr meinen Quad? Ich trainiere seit ein paar Wochen gezielt. Und da ist es so. Oh mein Gott. Ja, und den trainiere ich auch. Die Massage war voll gut. Die war sehr entspannt. Und das Haus hier ist irgendwie so alt, das knackst voll beim Gehen, ne? Es hat mitten bei der Massage voll angefangen zu regnen und dann hatte man so die Massagemusik im Hintergrund, dann prasselte so der Regen auf dieses Gebäude, Cottage, keine Ahnung, was auch immer es ist. Es war irgendwie cool. Super. Also erst dachte ich, es ist so super nervig, dass es so schlechtes Wetter ist. Aber irgendwie hat es jetzt voll den Vibe mit den Bergen hier und den Vinyards und dem ganzen Regen. Und jetzt gehen wir Wine-Tasting machen. Ich bin gespannt, ob da wieder was dabei ist, was ich richtig gut finde. Ich trinke ja eigentlich gar keinen Alkohol. Also super, super selten. Und wenn, dann halt Wein am liebsten. Aber Rotwein habe ich jetzt herausgefunden. Das ist echt nicht mein Geschmack. Aber wir hatten so ein Chardonnay das letzte Mal beim Wine-Tasting. Das war vor drei Wochen oder so. Das war auch mein allererstes Wine-Tasting jemals. Ich habe aber gemerkt, dass das eigentlich eine ganz coole Sache ist, um mal zu schauen, was einem so schmeckt. Wir haben auch diese Chardonnay-Flasche zu Hause stehen. Aber ja, wir sind jetzt nicht so abends Wein auf und rein damit oder Wochenendtrinker. Überhaupt nicht. Eher selten. Mal gucken, wann der mal zum Einsatz kommt. Jedenfalls freue ich mich, weil ich bin mal gespannt, ob mir davon einer schmecken tut. Schmecken tut. Man sieht dich im Spiegel. Wir haben ja hier auch noch eine Weinflasche. Wir haben halt so ein Five-Life-Package gebucht. Dann hat man das Zimmer inklusive. Frühstück, Dinner, Wine-Tasting und Massage. Deswegen Five-Life-Package. Oder wahrscheinlich die Nacht nicht und dafür die Weinflasche. Keine Ahnung. Sorry, wann soll mir das alles saufen? Ich trinke das nicht. Kriegst du rotbremme, ey. Mitnehmen. Mitnehmen. Das ist ein Rotwein. Ich mag eh keinen Rotwein mehr. Ist mir egal. Naja. Sieht voll schön aus gerade hier. Da sitzt du, als hättest du Liebeskummer mit der Musik. Da hinten ist wohl noch so eine Heated Pool Area. Aber wir haben kein Bikini dabei. Wir haben auch hier keine Zeit. Im Sommer ist ja richtig schön hier draußen. Das ist ein Chardonnay. Und den finde ich am leckersten. Den fand ich schon auf dem anderen Bignan am leckersten. Das schmeckt cremig, buttig. Teuer. Ist aber nicht. Aber sehr lecker. Den finde ich am allerbesten. Und den Rest irgendwie ist nicht so meins. Aber das. Mh. Ist das ein guter, wie du sagst? Sehr gut. Sehr gut. Sehr lecker. Das ist die auch. So, wir haben uns jetzt fürs Dinner fertig gemacht. Ich habe mir so einen neuen Cardigan kauft. Patrick, film ich mal kurz. Das ist mein... Das ist mein Outfit. Ich habe einen schwarzen Body an. Und dann habe ich mir dieses... Diesen Cardigan geholt. Weil hier ist es nämlich kalt. Und dann ein bisschen Goldschmuck. Und wir gehen jetzt Abend essen. Aber ich werde die Kamera nicht mitnehmen. Ich möchte das Abendessen mit Patrick genießen. Wir waren lange nicht mehr so fein da in den Essen. Und deswegen werde die Kamera nicht mitkommen. Ich gucke mal, ob ich ein bisschen was von den Gängen filme. Dann zeige ich es euch. Aber ich möchte jetzt den Abend genießen. Und wir sehen uns morgen früh wieder. Meine arme Schilddrüse. Quatsch. Meine arme Bauchspeicheldrüse. Oh Mann, ey. Ich habe jetzt mega den Blähbauch. Aber es war sehr lecker. Ich ziehe jetzt meinen Schlauernzug an. Ich freue mich schon so. Den habe ich mitgenommen. Und ich wollte euch noch was zeigen. Ich Idiot. Habe das voll vergessen mitzunehmen. Aber... Also mit ins Restaurant. Ich habe mein Vitamin C dabei. Denn... Ein Trick ist, zu jedem Glas Alkohol eine Kapsel Vitamin C zu nehmen. Wo habe ich das gelernt? Bei Dr. Strunz? Ich glaube, bei Dr. Strunz. Hilft auf jeden Fall, dass man sich am nächsten Tag nicht so schlecht fühlt. Ich meine, ich habe jetzt nicht gesoffen. Aber ich werde jetzt noch zwei Kapseln nehmen. Eigentlich hätte ich die mit zum Weintasting nehmen sollen. Und bei jedem vollen Glas eine nehmen sollen. Naja. Ketone habe ich auch noch dabei. Aber trinke ich jetzt nicht mehr so. Mir geht es jetzt nicht mega schlecht. Das war jetzt auch kein 5-Gänge-Mini. Wir hatten eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert. Guten Morgen. Wir haben ausgeschlafen und gehen jetzt zum Frühstück. Es ist mein Geburtstag. Warum guckst du so? Wir haben ausgeschlafen. Ich habe ausgeschlafen. Der Boden, der knackst hier total. Das ist voll ätzend. Ja, wir gehen jetzt frühstücken. Dann fahren wir nach Hause, gehen ins Gym. Und dann gucken, was wir mit dem Rest des Tages machen. Das ist Patrick's Decker. Was für ein schöner Tag. Wir haben Glück mit dem Wetter. Mein Chef im Kissen. Das ist dein Karte. Oh, aber die Tasche ist cool. Okay, das will ich wieder ausziehen. Oh, ich muss weinen. Nein, jetzt muss ich weinen. Ich will nicht weinen. Warum? Warum? Was, warum? Wieso muss ich weinen? Weil du nie so was Schönes schreibst. Okay. Okay. Ich darf nicht noch mal lesen, sonst weine ich noch mal. Die wollte ich unbedingt haben die ganze Zeit. Das hat sich hiermit verfangen. Das sollte ich unbedingt in schwarz noch haben. Und was in der Karte steht, zeige ich nicht. Das ist nice. Ich habe ein Croissant mit Marmelade. Aber das esse ich erst nach meiner Eierspeise. Eggs Benedict. Und danach esse ich mein Croissant. Oh mein Gott, das ist wirklich so eine Sünde. Wir sind wieder in Cape Town zu Hause. Und ihr habt mein Frühstück gesehen. Ich fühle mich so voll gefressen. Deswegen habe ich mir jetzt erst mal Ketone gemacht mit Koffein. Erst mal klarkommen. Nein, den habe ich da gelassen. Wartet mal kurz. Happy Birthday. Danke schön. Alles und alles Gute zum Geburtstag. Danke schön. Habt ihr schön reingefeiert. Meine Kamera liegt auf Patricks Bein. Ich wollte noch mal kurz zeigen. Also. Zuerst einmal habe ich ein Haarreif bekommen. Dann wollte ich unbedingt diese Sealand Tasche in schwarz. Und Patrick hat mir zugehört und hat sie mir gekauft. Ich liebe Bauchtaschen. Seitdem ich in Cape Town wohne. Ich ziehe die auch überall anders jetzt an. Ich finde das mega praktisch. Und ich wollte die in schwarz. Dann habe ich ein professionelles Fotoshooting. Fotoshooting für Pärchen bekommen. Auf dem Signal Hill. Entweder zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Aber der Typ fotografiert auch in Camps Bay. Und in Bloberg. Also mal schauen wo. Weil die Hintergründe sind halt. Also die Locations sind mega. Ich muss mir nur eine aussuchen. Dann habe ich eine wunderschöne Karte bekommen. Aber das Geheim, was da drin steht. So, auf jeden Fall. Ich trinke jetzt meine Ketone aus, damit ich ein bisschen Energie bekomme. Dann geht es heute Abend noch. Ne, gleich fahren wir zum Sport. Ich sortiere jetzt hier ein bisschen noch. Klamotten rollen ein bisschen auf. Dann geht es nachher komplett zusammen zum Sport. Ein bisschen Birthday Pump holen. Ich muss Po trainieren. Heute ist Po dran. Und nachher gehen wir in den Curry Club mit Freunden. Und dann morgen mache ich ein Reset. Ich zeige euch oder dir, was ich da so mache. Weil so krass ungesund am Stück esse ich wirklich eigentlich nie. Außer meinem Geburtstag. Wobei das auch, muss ich sagen, ich hatte mir im Bistro ein Steak bestellt. Mit dem Gedanken, da kommt ein Steak. Ein bisschen Kartoffeln und vielleicht eine Soße. Aber dass das so ein Haufen Teller mit Soße und 10.000 Beilagen wird, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das lag mir schon sehr schwer am Magen. War jetzt nicht komplett alles mega ungesund. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ich werde jetzt aufräumen. Bis später. So, das ist mein Outfit für heute Abend. Schwarze Jeans, ein goldener Gürtel, also ein schwarz-goldener. Ein schwarzer Body und dieses Walle-Walle-Teil. Ich finde das so schön. Das habe ich mir in Cronja-Alte gekauft. Mein Make-up finde ich auch ganz schön, schlicht und Haare. Jetzt kommt nur noch Schmuck. Ich habe mir so mega schöne Ohrringen hier letztens geholt mit so einem Anhänger. So, das ist jetzt unser Tisch. Es ist ja ein bisschen dunkel hier im Restaurant. Und deswegen ist die Qualität nicht so cool. Aber das ist der Curry Club. Und ich werde auf jeden Fall, denke ich, mal so ein Lamm-Curry essen oder so. Das ist wie Kuchen-Tempo. Ja, das ist der Blumen. Ich glaube, es ist ein Lamm-Curry. Ich habe das Lamm-Curry, ich habe das Lamm-Curry. Ich habe das Lamm-Curry, ich habe das Lamm-Curry. Ich habe das Lamm-Curry, ich habe das Lamm-Curry. Ich bin schon um neun oder so schon am Gähnen. Ich war so müde. Egal, ich zeige euch mal kurz meine Geschenke. Von Marika in Hamburg habe ich so eine Tasche bekommen. Marika kauft immer Sachen, die einfach jeder in Cape Town hat. Das ist irgendwie so cool. Jedes Mädel hat die. Ja, die ist irgendwie cool. Die ist hier so Stoff. Und diese Henkel kann man halt abmachen. Und dann kann man sich auch ein längeren Henkel um die Crossover zu tragen. Ich finde, die hat einfach was. Die ist irgendwie so cool. Nice. Hat voll was. Dann habe ich noch Ohrringe bekommen von Sarah und Richard. Die sind hier drin. Das sind so goldene Ohrringe mit farbigen Steinchen. Richtig hübsch. Passt voll zu mir. Also beide richtig tolle Sachen. Ich hatte auch schon wieder Wein. Einen Chardonnay. Das Curry war natürlich auch mega heftig. Diesmal hatte ich kein Dessert. Also Leute, ihr müsst eine Sache wissen. Ich kann essen. Und deswegen liebe ich auch meine Ernährungsweise. Also nicht die von den letzten zwei Tagen. Sondern meine normale Ernährungsweise. Weil ich kann richtig viel essen, ohne zuzunehmen. Deswegen. Also ich kann übelst viel essen. Und ich bin auch immer die, die noch ein Dessert im Restaurant bestellt. Aber selbst ich konnte nicht mehr. Das war so heftig. Und morgen geht es dann back to basic. Also zwei Tage reichen dann auch. Wir waren ja sogar noch im Gym und alles. Aber reicht auch. Ich will wieder gesund machen. Ich habe schon Sodbrennen. Und ich habe auch letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Ich trinke auch gleich noch Ketone, damit ich besser schlafe. Und ja. Morgen nehme ich dich da mit. Und zeig dir, was ich mache, um so ein bisschen zu resetten. Und meiner Leber ein bisschen zu helfen. Ich wünsche dir das beste, 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 beste für den 28. Geburtstag. Einen wunderschönen guten Morgen. Meine Augenringe lassen grüßen. Ich war natürlich zu spät im Bett. Aber egal. Ich überlege, ob ich mir jetzt einen Kaffee mache. Was ich normalerweise ja nicht direkt am Morgen mache. Aber ich würde gerne Kollagen aufgrund meiner Verdauung nehmen. Und ich habe keine Knochenbrühe mehr da. Ich habe leider keine mehr gekauft. Ich glaube, ich gehe heute welche kaufen. Weil die finde ich morgens richtig cool. Aber so ein Kaffee mit dem Kollagen von Edubelie ist halt richtig gut für die Verdauung. Und das wäre irgendwie jetzt gerade mal cool nach dem ganzen Schrott, den ich gegessen habe. Ich glaube, deswegen mache ich mir einen Kaffee. Ich habe auch leider keinen entkoffinierten Kaffee mehr. Ich war eigentlich noch gar nicht einkaufen. Egal. Es gibt jetzt einen normalen Kaffee. Dann warte ich ein bisschen und dann zeige ich dir, welche Supplemente ich nehme. Ich habe mir noch eine Flasche, also so eine Edelstahlflasche, wasser voll gemacht. Viel trinken ist auch wichtig. Das sowieso jeden Tag. Und ich trinke jetzt meinen Kaffee. Während ich das Schlafzimmer ein bisschen aufräume. Weil hier liegt so ein bisschen Krimskrams rum. Unter anderem meine Geschenke und Schmuck und meine Kopfhörer und so. Damit Gift hier gleich vernünftig putzen kann. Auf das du wirken magst. So, normalerweise würde ich meinen Clean Slate nehmen. Und zwar jeden Tag. Und ich habe das leider nicht da, weil ich das nicht nach Afrika momentan bestellen kann. Also ein Teil meiner Bestellung ist angekommen, ein anderer Teil leider nicht. Ich habe mein Geld zurückbekommen. Aber es bringt mir nichts, das nochmal zu bestellen. Weil so ein paar Gründe hier wegen dem Unwetter im Winter läuft es mit der Post nicht gut. Auch wegen Korruption. Aber deswegen nehme ich einfach Spirulina. Habo, du bist in meinem Vlog. Ist das schlimm? Nein, das ist jetzt kein Störer. Nö, wenn es dich nicht stört. Nö, nö. Huch. Also, falls jemand das jetzt noch nicht wusste, wir haben eine WG mit Habo. Nicht wundern. Falls ihr Habo noch nicht gesehen habt. Das sind jetzt eins, zwei, drei, vier, zwei, sechs, sieben, acht, neun, zehn Tabletten. Zehn Tabletten morgens, zehn Tabletten abends. Für die Entgiftung. Es ist jetzt natürlich nicht annähernd so stark wie das Clean Slate. Aber immerhin. Damit fange ich an. Und dann mache ich mir schon meinen Protein Shake. Weil das... Ich hasse Dienstage. Also nein, ich hasse nicht Dienstage. Es ist immer sehr komisch, wenn Gift hier ist. Gift ist unser Cleaner. Er ist aber gerade unten. Weil irgendwie können wir nicht richtig was in der Küche machen. Er braucht irgendwie so vier, fünf Stunden für die ganze Wohnung. Wir können aber auch irgendwie nicht wirklich... Wir können irgendwie nicht wirklich was machen, außer hier sitzen und vielleicht arbeiten. Weil wir wollen ihn auch nicht stören. Deswegen mache ich mir jetzt schnell einen Shake mit ordentlich Protein. Und zeige euch noch, was ich da reinmache. So, erstmal kommt da mein cleanes Proteinpulver rein. Ich kriege auch immer die Frage... Ich glaube, ich muss euch mal anders hinstellen, damit ihr mich auch seht. Ich kriege immer die Frage, ob ich Protein-Shakes trinke. Seitdem ich gute Marken kenne, die mit Stevia süßen und kein Schrott sind, trinke ich, würde ich auch jeden Tag einen Shake trinken. Ich stehe mir auf echte Lebensmittel. Aber sowas ist natürlich einfach praktisch, wie zum Beispiel in Situationen wie jetzt. Und hier in Afrika hat man halt viele Proteinpulver, die aus Erbsen und Hanf sind oder aus einem Whey Isolate, die mit Stevia gesüßt sind und nicht mit Sucralose oder irgendwas anderem. Und für Deutschland packe ich euch meine Lieblingsfirma unten rein. Auch Edubelli, die haben super tolle Proteinpulver. Meins ist leider leer. Deswegen habe ich mir hier in Afrika eine Alternative geholt. Dann kommt da mein heiß geliebtes Crush rein. Von Root, da wo auch das Clean Slate her ist. Das sind nämlich Aminosäuren. Und Kreativ. Honig. Wo nicht? Ich rede immer nur Kummer. Ach so. Aber wenn du den ausräumst, dann können wir ihm sagen, ich soll den mal richtig Grund reinnehmen. Dann ist er nachher sauber. Okay, mache ich. Hast du Trinkgeld für ihn? Äh, ich spüre. Okay. Genau, diese Proteinpulver, die nämlich mit Stevia gesüßt sind und nicht so Schrott enthalten, sind nämlich auch nicht so künstlich süß. Und deswegen gebe ich da einmal rohen Honig rein, damit mein Shake ein bisschen süß wird. Vor allem auch Hanf und Erbse hat einen leicht erdigen Geschmack. Aber wenn ihr zum Beispiel ein veganes sucht, mein Gott, wenn ihr ein veganes sucht, ist Hanf und Erbse gut. Als Proteinpulver. Ich bin auch Fan von Eiprotein, das habe ich jetzt hier in Afrika noch nicht gefunden. Das von Edubeli zum Beispiel im Geschmack Mousse au Chocolat ist unglaublich lecker. Das, selbst mit Wasser und Eiswürfeln schmeckt das einfach wie ein kalter Kakao. Und ihr könnt Patrick fragen. Ich trinke normalerweise. Wir sind jetzt sechs Jahre zusammen. Ich habe noch nie Eiweißshakes getrunken. Wenn ich davon immer Bauchschmerzen. Ja, nicht nur das. Ich muss auch immer würgen von diesen künstlichen Eiweißshakes. Ich kriege die nicht runter. Will ich auch nicht. Aber seitdem ich eben... Edubeli war dann eines der ersten Firmen, wo ich gesagt habe, okay, probiere es mal. Weil ich kooperiere ja mit denen. Und deren Produkte sind halt echt top. Ich habe gesagt, okay, ich probiere es auch mal. Und das Ei-Protein ist Hammer. Und wie geil ist das bitte? Ein Proteinpulver aus Ei. Das kommt jetzt in den Mixer. So, ich habe mir Ketone angemischt fürs Gym. Und ja, keine Ahnung. Ich trinke sie jeden Tag. Und was ich aber auch noch habe, ist Elektrolyte. Und die mische ich mir jetzt auch noch an für den Sport. Und es ist nämlich so, dass Alkohol sowas aus dem Körper schwimmt. Also Matrium, Kalium und so weiter. Und deswegen sollte man Elektrolyte nehmen. Ich nehme Elektrolyte sowieso jeden Tag. Und ich habe jetzt gerade noch, das liebe ich ja auch in Afrika. Oder generell im Ausland, das ist auch in der Türkei so. Wenn man sich irgendwo meldet, dass man über WhatsApp dann kommuniziert. Und ich habe jetzt einen Zahnarzttermin für 13.45 Uhr noch bekommen, weil mein Zahn hier oben irgendwie weh tut. Ich weiß nicht, ob der gerade einfach nur ein bisschen sensitiv ist. Ich gehe jetzt nachher mal checken. Und ich gehe jetzt zum Sport, dann kann Gift hier seine Arbeit in Ruhe machen. Und dann sehen wir uns später. Und dann zeige ich, was ich noch so für Supplemente nehme. Der Tag läuft deutlich stressiger als geplant. Deswegen sehe ich auch raus wie so ein nasser Pudel gerade. Ich war beim Zahnarzt, mit meinem Zahnarzt ist alles in Ordnung, Gott sei Dank. Und war dann schnell unter der Dusche. Sorry, die Waschmaschine ist an. Und dann hat mich Patrick direkt abgeholt zum Großeinkauf. Ja, jetzt habe ich den Einkauf verräumt. Gift ist weg, das heißt die Wohnung ist sauber. Jetzt muss ich endlich mal was essen. Ich habe gedacht, ich mache mir jetzt Garnelen mit Salat. Patrick kocht heute Abend eine Chicken Asia Pfanne. So mit Kokosmilch und dazu ein bisschen Reis. Ich nehme jetzt noch meine Supplemente, die ich vorhin schon nehmen wollte. Aber ja, der Tag ist irgendwie gar nicht so cool. Ich nehme jetzt das hier. Das ist ein Mariendistelkomplex mit Artischocke und Löwenzahn. Sehr gut für die Leber. Also es unterstützt die Leber. Löwenzahn so als Tropfen. So, ich achte darauf, dass ich genug Grün esse. Jetzt ist ja auch noch der Wasserkocher an, es tut mir leid. Dass ich genug Grün esse und genug Proteine. Hier sind jetzt 200 Gramm Garnelen drin. Salat, Olivenöl und es ist nur was Leichtes jetzt, weil ich gar nicht so viel Hunger. Und ich will auch ein bisschen fasten nach dieser Fresca-Parde. Sprich, genug Proteine essen, ein bisschen Fette. Aber es mit den Kohlenhydraten nicht übertreiben. Deswegen gibt es heute Abend nur ein bisschen Reis. Ich war ja heute auch schon beim Training ordentlich. Aber ich muss es auch mit den Kalorien jetzt für die nächsten 2-3 Tage nicht völlig übertreiben. Ich wurde gerade vom Empfang unten angerufen. Wegen dem hier. Meine beste Freundin aus der Schweiz hat mir Blumen geschickt. Von der Schweiz aus das organisiert, dass ich hier Wimchen bekomme. Oh, so süß. Vielen, vielen Dank. Richtig süß. Oh man, so süß. Oh, ich freue mich gerade voll darüber. So lieb. Das Essen braucht so gute. Ich habe vergessen, es zu vloggen. Patrick hat einen Kokosmilch-Curry gemacht. Mit Reis. Ich esse noch Rauerkraut für den Darm. Und Curry mit Reis. LOL. So, wir haben jetzt Abend gegessen. Und ich nehme jetzt noch Elglutamin. Elglutamin ist eine der wichtigsten Aminosäuren. Fürs Immunsystem und für den Darm. Und ich nehme das jeden Tag. Ich nehme täglich 2 solche Scoops. Wenn ich mal Suchprobleme habe, nehme ich auch gerne mal mehr. Vor allem auch bei Erkältung und bei Sodamproblemen oder so. Ein Glas Wasser. Dann Vitamin E. Super wichtiges Antioxidant. Und auch super genial, wenn man Pflanzenöle gegessen hat. Aufgrund der Antioxidantien. Davon nehme ich 2 heute mal. Dann natürlich Vitamin C. Habe ich auch gestern Abend noch genommen. Heute Morgen auch schon. Habe ich nur vergessen zu zeigen. Vitamin C ist eh so ein Allrounder, den ich komplett jeden Tag nehme. Aber habe ich ja schon erklärt, wenn man Alkohol trinkt, sehr schlau dann extra Vitamin C zu nehmen. Und natürlich ein Magnesiumkomplex, um den Schlaf zu supporten. Damit das Nervensystem runterfährt. Hier ist jetzt auch Magnesiumglycinat drinne. Das ist extra dafür da, dass das Nervensystem eben abends runterfährt und so weiter. Aber ich nehme immer ein Magnesiumkomplex, weil alle Formen wichtig sind. Und dann mische ich mir jetzt noch eine Packung Koffeinfreie Ketone an. Weil ich tatsächlich noch ein bisschen arbeiten muss und ein bisschen Konzentration brauche. So, ich habe mir Frühstück gemacht. Selbstgebackenes Buchweizenbrot mit Knochenmarkbutter und darüber noch Chickenleberpastete. Zwei Eier in Weidebutter, ganz langsam angebraten. Erdbeeren und Cheddar. Boah, so lecker und so viele Nährstoffe. So, hier habe ich jetzt Coenzym Q10, B-Komplex, Magnesium, Lysin. Und Vitamin C. Und ein paar der Dinge kann man einfach immer nehmen. Wie Magnesium zum Beispiel. Lysin ist jetzt, probiere ich jetzt einfach mal aus. Den Rest ist aber tatsächlich auf ein Blutbild abgestimmt. B-Komplex nehme ich zum Beispiel auch nicht jeden Tag. Also da empfiehlt es sich wirklich echt ein Blutbild machen zu lassen. Und dann habe ich hier noch meine Exogen-Ketone. Und dort habe ich, diese Schokolade ist so voll, das sieht so extrem viel aus. Ist aber natürlich nicht nur von mir. Hier habe ich das Crush von Roots noch eingemacht. Das ist das mit den Aminosäuren. Ich finde das richtig gut, muss ich sagen. Also, ja, irgendwie finde ich das cool. Und Ketone, weil es in einer Stunde, glaube ich, so zum Sport geht. Eigentlich sollte man die Ketone so eine halbe Stunde davor trinken. Aber ich trinke sie jetzt schon. Ich esse nämlich noch eine Banane vom Training. Und Patricks Wecker klingelt, glaube ich, in zwei Minuten, bis er dann seinen Kaffee getrunken hat und wir losfahren. Dauert es, glaube ich, noch eine Stunde. So, wir sind jetzt ready fürs Dimm. Ich nehme heute mal diese Flasche mit, weil da mehr Wasser reinpasst. Und da kommen Elektrolyte rein. Ihr wisst, nehme ich jeden Tag. Dann habe ich hier Omega-3. Ich benutze eigentlich das von Zenzino als Öl, weil ich das deutlich besser finde und Zenzino eine Supermarke ist. Aber ich bin ja in Afrika. Ich habe mir vier neue Zenzino-Flaschen bestellt bei meiner Freundin. Über die bestelle ich die immer. Ich gebe die unten mal an. Die kommen dann in die Schweiz. Und dann habe ich erstmal wieder genug für meine Zeit in Afrika. Aber jetzt muss ich mit Kapseln auskommen. Marien-Distel-Löwenzahn-Artischocken-Komplex. Ich habe mich in das Zeug irgendwie verliebt. Ich habe das Gefühl, das tut mir richtig gut. Und in den Rest vom Wasser gebe ich jetzt noch Kreatin. So, Irfi ins Gym. Noch ein paar schnelle Kohlenhydrate. Schnellen Zucker. Formel Leg Day. Ich brauche Energie. Deswegen gibt es noch keine Banane. Ich bin so vertieft in mein geheimes Projekt, dass ich vergessen habe, mein Mittagessen zu zeigen. Ich war schon duschen. Habe noch halb nass Haare. Das sind, so sind sie auch Natur übrigens. Also meine Locken. Ich glätte sie so oft, ich muss echt mal wieder mehr Locken machen, damit die sich auch mal wieder mehr nach oben springen. Naja, ich blende hier ein Bild ein von meinem Mittagessen. Ich hatte 200 Gramm Kabeljau mit einem Gurkentomate-Fethersalat, mit ein klein wenig Olivenöl und ganz, ganz viel Zitrone und ein bisschen unfermentierten, unfermentierten, unpasteurisierten Sauerkraut für den Darm. Das war super lecker und ich bin pappsatt. Wir haben jetzt auch schon wieder halb sechs. Ich habe so gegen drei gegessen. Ich bin so vertieft in mein noch geheimes Projekt. Ich bin irgendwie die ganze Zeit am Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Deswegen ist es auch... Heute ist mal ein bisschen schöneres Wetter. Es regnet nicht. Es ist nicht ganz so kalt. Aber die Sonne ist immer noch nicht so wirklich da. Die war heute Mittag mal da. Das Wetter ist immer noch nicht so optimal. Aber ich glaube, es geht jetzt langsam hier in den Frühling. So, dass ich diese Zeit auch wirklich nutze zum Arbeiten. Ja, und ich sitze hier einfach nur und mache meine, ja, nicht langweilige, aber Arbeiter, bei der ich mich sehr konzentrieren muss. Deshalb kann ich gerade nicht so viel zeigen, außer gleich mein Abendessen und meine abendlichen Supplemente. Heute war mein Tag auf jeden Fall strukturierter, auch was meine Supplemente betrifft. Die habe ich euch ja gezeigt. Und dann sehen wir uns gleich zum Abendessen. Fast vergessen, aber hier ist das Irmdessen. Das ist ein Riesenportion. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Sieht aber auch eigentlich nur so viel aus, weil das zwei Paprikas sind. Kartoffeln, 200 Gramm. Und 200 Gramm Chicken und dann ein bisschen Joghurt drüber. Coco Amigos angebraten. Super lecker. So, ich habe bis jetzt gearbeitet. Patrick guckt im Hintergrund Fernsehen. Es ist, danke, es ist 18 Uhr. Ich habe eine Blaulichtfilterbrille an, die ziemlich hässlich ist. Ich nehme jetzt noch meine Supplemente. Auf die gehe ich jetzt nicht genau ein, außer Vitamin C und Magnesium. Magnesium für besseren Schlaf. Der Rest ist wieder auf mein Blutbild abgestimmt. Und nehme meinen L-Glutamin für die Verdauung. Und dann geht's ins Bett. Deshalb beende ich jetzt hier den Vlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen und hat euch noch ein paar Tipps gegeben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.